Die Frau Kovidl sagt, sie war früher deutsche Meisterin im Schlammketschen. Und in letzter Zeit hat sie verstärkt über ihr Comeback nachgedacht. Sie hat sogar schon bei der Frau von der Leyen, der Frau Baerbock und der Frau Roth nachgefragt und hat ihnen auch anboten, dass sie zu dritt mit ihren Ringsteinen können. Aber die haben überhaupt nicht reagiert. Untertitelung des ZDF, 2020